Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge of What's Ranked mit mir den Simon. In der letzten Folge haben wir Uriza gespielt, das war eine relativ schnelle Runde. Und am Anfang waren wir vielleicht so ein bisschen chaotisch noch im Team, dann haben wir uns wieder gefunden, wie das immer so ist. Und im Angriff lief es dann, haben wir die halt komplett dominiert. Da hat man richtig gesehen, wer das bessere Team war. Wenn ich noch ein Match gewinne, bin ich 2300. Hoffen wir mal, dass das eintritt. Und ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das wird halt eine 4-Session-Session, 4-Folgen-Session. Habe ich ja schon erzählt in der ersten Folge. Also diese Woche könnt ihr euch auf viel Overwatch freuen. Ja, wir sehen uns dann wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf Wolsker Industries. Und auf der Map habe ich damals immer richtig, richtig gerne Senyatta gespielt. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir picken Senyatta. Vor allen Dingen in der Verteidigung ist der mega nice. Auf der Map kann man auch sehr gut Symmetra spielen. Aber guck mal, wir haben schon zwei Healer. Ja, ein Taubien. Oh wei, das ist interessant. Der kann mega gut sein. Es gibt Taubiens, die ultra nice sind. Und der Typ war mal Platin. Also, keine Ahnung. Der weiß vielleicht, was er macht. Wobei, ich war auch mal Platin und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ähm, langsam, ne? Also langsam ist der Skin schon ganz schön altmodisch. Und dieser Weihnachts-Skin, der ist zwar immer noch relativ cool. Aber so ein neuer Skin wäre auch mal schick für Senyatta. Das würde den ja vielleicht, würde den vielleicht auch mal ganz gut tun, ne? Grüße. Grüße. Ich glaube, bei den Sommer hat er nichts bekommen. Und bei den Jubiläum hat er, glaube ich, auch keinen Skin bekommen. Glaube ich. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben einen Bäschen. Oh lol. Okay. Und ein Tank nur. Das ist aber nicht so geil eigentlich. Oh weia. Das könnte schlecht ausgehen für uns. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, die Anna muss halt ziemlich gut heilen. Wir haben leider nur einen Tank. Wir haben, D.Va ist ein ganz guter Tank, wenn der gut spielen kann. Bäschen ist halt ein bisschen gruselig. Statt Bäschen noch ein Tank wäre halt, glaube ich, besser gewesen. So ein Reinhard oder sowas. Da schilden ist halt immer gut, ne? An, an dem Eingang hier. Was habe ich denn für einen? Ah ja, guck mal, ich habe den. Damit kann ich alles wegtreten. Da in die Fresse. Von der Diva. Ha, der guckt sich das an, denkt sich, wow. Haha. Okay. Wir haben halt nicht so viel Durchgang hier. Aber ich bin quasi auch Damage. Oh, Alter. Okay, ich muss ganz viel mein Damage-Ding verteilen. Alter, der. Anzug von denen ist ja schon kaputt. What the fuck? Oh Gott. Alter, warum habe ich den nicht erwischt? Und der Beste ist ja auch schon tot. Gibt's für Alter. Okay, da oben. Die haben zwei Sniper. Okay, wow. Wow. Alter, wie nervig ist das denn? Die würde, und die kann jetzt Geils machen. Lol. Okay, wir haben alle getötet. Laut oben rechts. Das war ja mega scheiße von mir. Also, ich weiß nicht, ich wurde halt einfach abgeknallt. Ich hätte mich da natürlich bewegen müssen. Aber gut, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die so schnell da hinkommt. Ich habe sie ja noch woanders vorher gesehen, ne? Mit dem Hanzo zusammen. Der Weg ist halt echt weit hier. Deshalb wird ja auch gerne Symmetra gespielt, wa? Der ist ganz schön low. Den würde ich eigentlich gerne heilen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach komm. Ich bin schon fast wieder tot. Muss man mein Damage-Ding mehr verteilen. Okay, die haben einen Affen, glaube ich, wa? Auf jeden Fall scheint es mir so... Oh Gott. Oh Gott. Die haben unseren... Da war ein Reaper. Oh, ich habe ihn fast. Oh, ist über low. Oh Gott, ich habe ihn. Hier ist eine Mercy, ne? Wo ist denn die Mercy hin? Okay. Hoffentlich, dass wir den... Rieser mit retten konnten. Aua. Oh mein Gott, geht es mir scheiße. Leute, wie ich sie nicht getroffen habe. Richtig bad. Komm. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Oh, das hat keiner gesehen. Fuck. Das war richtig scheiße. Dafür gibt es doch keine Ausreden. Das war einfach straight abkacke. Ich hätte noch ulten können, um mich zu retten, aber das wäre auch dumm gewesen. Da kam halt auch noch der Reaper, ne? Die Mercy wollte sie halt heilen. Deshalb bin ich schneller hinterhergegangen. Fuck, jetzt sterben alle. Okay. Okay, bitte nicht sterben alle. Ich habe meine Ulti. Scheiße, jetzt sind halt wirklich noch zwei da. Okay. Äh. Nein! Scheiße. Das ist jetzt anlackiert. Die kriegen das jetzt. Oh, nö. Nö. Oh Gott. Ah, fuck. Ich bin so tot. Scheiße. Ja, also ich habe mich da echt nicht gut angestellt. Ich habe nicht mal Goldheilung. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht, aber zum Beispiel die Diva da hätte ich kriegen müssen. Also, die Diva hätten wir jetzt zusammenkriegen müssen mit Dumpfister, ne? Keine Ahnung. Wir haben relativ lange sogar durchgehalten, aber das ist ja letzten Endes egal. Da ist Rüstung irgendwo, ne? Der hat da irgendwo Rüstung hingeworfen. Nö, doch nicht. Oder hat er sie selber genommen? Wahrscheinlich, ne? Der ist ja gerade erst gespawnt. Oh Gott. Ui, ui, ui. Ah, guck mal, wie ich den erwischt habe. Ja, wow. Ich bin tot. Oh Gott. Ich bin noch runtergefallen. Hammer nice. Stirb. Lol. Ich bin instant wiederbelebt. Wie viel konnte die wiederbeleben? Ich glaube, das waren schon einige. Scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht gerushed werden. Sie nehmen unseren Punkt ein. Das ist nicht gut. Komm, bitte nicht rushen. Okay. Unser Taubientitel, Leute. Okay. Der hat auch wieder Ulti ab. Ich habe auch gerade den Reaper relativ gut killen können. Oh, der muss aufpassen, Alter. Okay, er hat den noch bekommen. Komm her! Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin richtig ausgewichen. Und damit bin ich gleichzeitig den Schissen von Enna ausgewichen. Aua. Okay, die Enna hat mein Back. Ich kann sogar relativ gut Schaden machen eigentlich. Oh Gott. Leute, warum ist denn der so low? Vielleicht sollte... Okay, sie hat sich die Heilkugel genommen. Ach, Mann. Das ist ein Reaper, oder? Ja, das ist ein Reaper da oben. Gibt sich ein Reaper gestorben? Oh Gott. Tötet ihn? Okay. Okay. Ach, Mann. Steppt doch nicht alle. Wo ist der? Okay, da muss ich jetzt ein bisschen warten. Ja, Alter. Der Reaper. Äh, der Hanzo. Fucking Namen, ey. Ich hab jetzt Gold Heilung. Oh Gott, wie knapp. Aber die haben keine Heilung. Und das wird jetzt... Scheiße. Die haben wirklich beide Punkte einnehmen können. Wahrscheinlich. Nicht. Oh, lol. Okay, das hat uns gerettet. Die Ulti. Uh, Alter. Oh Gott, Alter. Die Ulti. Die war ganz schön bad. Okay. Der will die auf jeden Fall haben. Alter Schwede, als wir das noch verteidigt haben. Das haben wir, glaube ich, der Diva zu verdanken, oder? Die hat, glaube ich, mit ihrer Ulti richtig viele Leute gekillt. Alter. Wir werden halt... Die Heiler werden halt gerade immer so weggesnackt von denen einfach. Von den Sniper von denen. Ich muss echt aufpassen. Ich muss echt vielleicht... Wie wär's, wenn ich einfach mal richtig weit hinten bleibe? Ich meine, das war ja auch damals immer meine Taktik hier. Also, jetzt geben wir mal den. Damit der Ballern kann. Ah, wow. Er ist noch gestorben. Okay. Na gut. Die haben alle getötet. Dadurch haben wir wieder Zeit zu spawnen. Oh, meine Güte, ey. Das haben die fast eingenommen. Ich werde echt ein bisschen weiter hinten bleiben. Vielleicht krieg ich ja sogar nochmal Ulti ab. Bisschen ballern. Ich glaube, ich lade auch zu viele Schüsse auf. Ich meine, dadurch kann man natürlich viel reißen. Ballern. Okay, jetzt müssen wir nach vorne. Oh Gott. Ich hab ihn. LOL. Ich bin in die Ulti gelaufen. Ich hab den aber immer in den McQueen aufgekillt. Aber ich bin voll in die Ulti gelaufen. Das war ja richtig dumm. Okay, der hat Ulti. Hat der einen getroffen? Ist auf jeden Fall gerade am Ballern. Oh, ich hab fast Ulti. Der letzte Angriff. Oh Gott, ich darf jetzt auch nicht sterben. Komm, lass mich mal was treffen. Okay. Ich holt einfach. Die haben sich übel gesplittet, unsere Leute. So. Warum haben die nicht gekillt? Oh oh. Ah, töt ihn doch, Simon. Ich hab ihn. Nein, ich wurde... Oh mein Gott. Ich war der Einzige noch im Leben. Die haben mich halt dann gekillt. Oh scheiße. Die konnten beide Punkte einnehmen. Scheiße. Alter Schwede, ey. Ich hab sogar Goldheilung. Ich hab jetzt mehr Gehalt als die Ender, was bescheuert ist. Hab ich überhaupt noch Goldheilung? Das sieht man hier gar nicht. Ja, ich bleib aber dabei. Scheiß, wir hatten es fast verteidigt. Das war... Die haben halt alle gekillt irgendwie dann noch. Die Mercy und der McCree waren ja noch da. Ich hab den Hanse noch killen können. So bad got Gold. Lolololol. Du Sackmaster. Ach, im Gegnerteam, oder wie? Hä, Master? Welcher Master? Ich weiß gar nicht, wen er flamen will. Okay, die Lame, scheiße. Mal wieder ein bisschen Trash-Talk nach so einer Runde, wie man's kennt. Versuchen wir das zu gewinnen. Wir haben eine Mercy, was ultra gut ist. Ähm, vor allen Dingen für den Angriff zum Wiederbeleben. Wir haben zwei Tanks. Wir haben Reaper. Wir haben halt eine fucking Widow. Ich hasse Widow eigentlich. Widow ist ein Kack-Champ. Da hab ich lieber noch einen Hanse. Still got Silver. Oh, ich hab nur Silberheilung. Ich hab vorhin den Scheiß gelabert. Ich hab aber auch 3000 Damage, ne? Geht eigentlich. Ähm. Man hat ja normalerweise immer so gleich viel Heilung, gleich viel Damage als Zenyatta. But, ähm. German Widow Skills. Ist der Deutsch? Okay, you suck. Was schreiben die für eine Scheiße? Die will der Trash-Talk. Die sollen sich auf das Game konzentrieren. Wir haben halt einen Reaper. Das ist halt ultra nice. Eine Widow, hat man ja gerade gesehen, kann gut sein, wenn die halt die Leute rausnimmt. Aber meistens passt das nicht so wirklich. Ich find's schade, dass wir gerade noch so knapp verloren haben. Ich weiß gar nicht, wie... Mich hat das übel gewundert, dass die so schnell alle gestorben sind, mein Team. Ich hab mich da ja... Ich hab den, äh... Den, 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 ähm... Affen noch finishen können. Okay, der Affe braucht Heilung. Der Affe braucht immer Heilung. Ich würde da einfach reinballern. Die Mercy ist da. Oh, ich hab die Mercy einmal getroffen. Das hat aber nicht gereicht, natürlich. Der Affe ist halt schon am Angriffsziel. Ich hätte ihm fast eine Heilung geben können. Oh, lol. Die Widow. Alter, die Widow hat den ja ultra gekillt. Oh, oh. Lucio. Warum haben wir Lucio? Wir haben drei Healer. What the fuck? Ich denk mir so, oh nein, Lucio überlebt. Und dann denk ich mir, what the fuck? Wir haben Lucio? Warum haben wir Lucio? Warum haben wir Lucio? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Soll ich wechseln? Können wir wechseln auf Reaper. So, jetzt spiel ich Reaper. Warum hat der einfach Healer genommen? What the fuck? Also, drei Healer ist jetzt schon ein bisschen okay. Auch wenn ich nur so ein halber Healer bin, ne? Pro Widow. Oh, der hat einen gekillt, ne? Da ist der Hanzo. Den könnte ich killen. Okay, den hab ich. Oh, alter. Da bin ich aber schnell gestorben. Der hat mich gekillt, die Widow, oder? Ne, die hat mich gekillt. Neu. Okay, das war eine Kombination aus mehreren Leuten. Warum bin ich jetzt einfach Reaper? Ich verstehe das nicht, warum der einfach auch gewechselt hat. Das verwirrt mich vor allen Dingen auf Healer von Damage. Okay. Die lassen uns jetzt aber auch irgendwie einfach durchgehen durch das Tor, aber. Okay. Ich geh mal wieder weg. Vielleicht kann ich von der anderen Seite was reißen. Oh, oh. Das ist nicht so gut. Alter, ich wurde one-shotted. Die scheiß Widow. Die spielt einfach durchgehend Widow. Die ist doch Platin mit ultra viel Level. Oh, fuck, ey. Sag mir. Alter, die hat nochmal... Die Widow, die ist nur am Töten. Ich meine, ich bin halt auch kein Widow-Counter, ne? Wir haben halt ultra viel Heal, aber können gerade nichts damit machen. Wir müssen uns gucken. Wir müssen uns gucken. Alter, die Widow. Jedes Mal. Leute. Alter. Scheiß, die hat den Anzug kaputt gemacht. Das ist unser, ist okay. Ich dachte schon, ne? Ui, 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 ui. Wo ist denn hier das Healding? Okay. Leute, ich Idiot. Oh mein Gott, ich hab die doch gesehen. Sie hat mich auch gesehen. Natürlich. Ja, fuck, ey. Ich mach grad gar nichts. Ich mach grad einfach fucking gar nichts. Ich spiel Tank. Scheiße. Ja, ich bin grad richtig useless als Reaper gewesen. Loy. Scheiße, wir müssen auf den Punkt. Ich meine, wir haben so viel Heilung. Deswegen hab ich jetzt den Reinhardt genommen. Ah, ich werd geheilt. Nice. Ich muss nicht zum Healding laufen. Okay. Das war nicht so gut. Ich hab das Healding bekommen. Okay, wir haben die Verlängerung. Der Reinhardt fight. Mega nice. Ich hab mehr Leben als der gab. Lustigerweise. Okay. Ich glaub, das kriegen wir hier noch hin. Aber ultra knapp, Alter. Holy moly, wie knapp. Okay, wir müssen jetzt rushen. Aber ich glaub, wir kriegen einfach vier Minuten, oder? Ja, wir kriegen einfach vier Minuten. Oh lol, wir können die rushen. Das war mega nice. Scheiße. Ich hätte... Ich hab einfach geultet. Ja, das war gar nicht mal so bad. Ich hab halt die Mercy gekillt, ne? Und ich hab halt gehofft, dass vielleicht die Mercy hinter mir noch herkommt. Da hätte ich aber einfach weiter schilden sollen. Oh my god, wir sind sogar auf Punkt. War das... Reicht das? Hat das gereicht? Meine Ulti? Jetzt haben wir plötzlich einen Genji. Wir sind nur am wechseln. Alter, das war auf jeden Fall mega gut. Oh mein god, das wird reichen. Ahaha, die Mercy. Kommt her, Leute. Wir kriegen den. Lol, der rush. Wir haben noch drei Minuten, lol. Die haben null Minuten, ne? Alter. Also Reaper hat überhaupt nicht geklappt. Letzter Versuch. Haben wir noch einen letzten Versuch? Oder sind die komplett raus? Weil beide haben doch noch einen Versuch, oder? Angriff. Ja. Ich glaub, ich bleib direkt bei Reinert. Wir sollten dasselbe einfach nochmal versuchen, vielleicht. Reaper hat halt gar nicht geklappt. Deshalb spiel ich auch nicht so gerne Reaper. Oder Damage, oder irgendwie... Ja, Damage halt. Deshalb spiel ich halt keinen Damage. Okay, versuchen wir das mal mit Reinert vielleicht zu retten. May haben wir jetzt. Okay. Ja, ich werd bei Reinert bleiben. Ja, komm. Das mit Zenyatta... War in Ordnung. Ich werd halt keine Silbermedaillen haben dadurch, weil ich so viel gewechselt habe in dem Spiel. Deshalb krieg ich nicht viele Punkte, aber ich will einfach nur gewinnen. Haben die Gegner gar keinen Versuch mehr? Haben die komplett verkackt? Ich glaub, wir müssen die jetzt nur noch einnehmen, dann haben wir gewonnen, oder? Aber ist das fair? Warte. Das erste Mal haben wir... Haben wir... Wir verteidigt, dann haben die beide eingenommen. Jetzt haben die verteidigt, dann haben wir beide eingenommen. Wir haben halt mehr Zeit als die. Haben wir deshalb... Ach, deshalb haben wir vielleicht den letzten Versuch und die nicht. Weil die gar keine Zeit mehr hatten. Wir haben halt drei Minuten, das geht voll klar. Das kann man auf jeden Fall schaffen. Alter, was macht denn der Sold? Der ist einfach reingelaufen. Wir wollen halt jetzt logischerweise nicht verlieren. Oh Gott. Ich brauch Heilung. Ja! Schon wieder die Mercy. Oh, und den, Alter. Okay. Klocken. Scheiße, ich wurde nicht mehr geheilt, leider. Aber ich hab zwei Leute mitgenommen. Oh oh. Wie ich dreimal Mercy gecharged hab in dieser Runde. Kills mit Ansturm hab ich drei. Und das waren dreimal Mercy. Richtig ekelhaft. Ja, ich glaub das haben wir. Jawoll. Da war ich zum Schluss noch richtig worth. Ich könnte Hanso killen und Mercy. Playing Hanso the entire game. Hanso war gar nicht mehr so bad, fand ich. Der hat mich halt öfter getötet. Als Zenyatta. Jawoll. Nice. Jetzt sind wir 2300. Alter, das sah am Anfang ganz stark nach einem Lose aus. Aber durchs Champion wechseln haben wir es noch geschafft. Ich hätte halt nicht Reaper spielen sollen. Okay, das war mal verteidigen. Alter, was ein Chaos. Der hat das, glaub ich, ein bisschen gerettet dann auch, ja. Yay. Block der Schaden. What the fuck? Ja, der hat ultra viel Gehalt. Komm, wir liken den. Nehmen wir. Erfreut die sich, obwohl die gar nicht mehr da ist, um das zu sehen. Ich bin gespannt, wie viel ich jetzt tatsächlich bekomme. Level Up werde ich nicht haben, oder? Oh, ganz knapp nicht. Das ist tatsächlich ziemlich knapp. Ich werde halt, glaub ich, auch nicht so viele Punkte bekommen, weil ich sehr viele Helden gespielt hab, oder? Und allgemein meine Stats nicht so mega nice sind. Meine alle Helden. Ich hab halt ein bisschen Damage gemacht, ein bisschen geheilt. Ja, geht. Neue Bestleistung. Eigentlich nicht viele Punkte. Das waren 20 Punkte, glaub ich. Nicht sehr viel. Ja gut. Das war, glaub ich, ganz schön viele Champions-Sets plötzlich gespielt. Zum Schluss. Reaper hat nicht geklappt. Ich denke, mit Reaper werde ich das auch sein lassen. Ich will ja gewinnen. Vielleicht trainere ich den ja mal so. Also Reaper ist halt ein Champion, den kann man halt spielen, wenn man halt übel am Gewinnen ist. Dann kann man den halt mal rausholen. Der ist halt mega gut. Für andere Leute können damit richtig was reißen. Für mich ist das ein Champion, mit dem ich nur spiele, wenn wir übelst am Gewinnen sind. Ja, das haben wir zum Schluss noch ganz gut rumgerissen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.